Streitthema Körperbehaarung Wie attraktiv sind behaarte Frauen? Das gängige Schönheitsideal bei Frauen – möglichst glatt rasierte Haut. Außer auf dem Kopf, sollten unter den Achseln, an den Beinen und im Intimbereich vorzugsweise keine Hirchen sprießen. Doch ist dieser Rasurzwang überhaupt noch aktuell? Und wie attraktiv sind behaarte Frauen wirklich? Stars machen den haarigen Trend vor. Prominente Frauen wie Madonna und ihre Tochter Libes machen es längst vor, sie lassen ihre Achselhaare wachsen und Und auch bei Gilmanis Next Topmodel gab es schon eine. Werden Achselhaare also langsam immer salonfähiger? Ganzkörperbehaarung bei Frauen Die amerikanische Fitnessbloggerin Morgan Mikenas geht noch weiter. Sie lässt ihren Haaren nicht nur unter den Achseln freien Lauf, sondern verzichtet seit zwei Jahren komplett auf ihren Rasierer. Und das sieht man. Ihre Beine und die Bikini-Zone sind übersät mit natürlicher Behaarung. Mikenas findet das großartig. Außerdem ist es für sie eine tolle Zeit Ersparnis, sich nicht mehr rasieren zu müssen. Auf ihrem Instagram-Profil macht sie Menschen Mut, sich so zu akzeptieren, wie sie sind. Wenn du immer ehrlich zu dir selbst bist, stört dich nicht mehr, was andere von dir denken. Wenn du nichts verstecken musst und einfach zu selbst sein kannst, wird das dein Selbstbewusstsein stärken. Außerdem appelliert sie mit einem Zitat von Steven Maraboli an die natürliche Schönheit von Frauen. Es gibt nichts selteneres oder schöneres als eine Frau, die ganz sie selbst ist und sich mit all ihren perfekten Fehlern wohlfühlt. Das ist für mich die wahre Bedeutung von Schönheit. Stolz ist sie auch auf ein vorher-schrägstrich-nachher-Bild. Man weiß nie, wie viel man erreicht hat, bevor man nicht auf die Anfangszeit zurückblickt. Vor zwei Jahren habe ich mit Bodybuilding angefangen. Ich war mit vielen Aspekten in meinem Leben unzufrieden, mental und physisch. Also beschloss ich, dass es Zeit für eine Veränderung war. Das Bild zeigt mich im selben Bikini, aber jetzt bin ich glücklicher, gesünder und behaarter. Ich bin eine ganz neue Person und könnte nicht stolze auf mich selbst sein. Ihre Aussage ist klar, Frauen, die sich nicht rasieren, sollten nichts auf die Meinung anderer geben. Daher die Frage, was halten Sie von Körperbehaarung bei Frauen? Stimmen Sie in unserem Voting ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren. Bis zum nächsten Mal.